Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. Sie können den Pass unterbinden. Ja, das ist ein Foul, das hat die Schiedsrichterin natürlich richtig gesehen und ich glaube, dafür kann man fast auch eine Karte geben. Frühe gelbe Karte, das hätten sie gerne verhindert. Denn da stellt sie vor Probleme, einen Platzverweis darfst du dir in so einem Duell eigentlich nicht erlauben. Ja, sie werden jetzt umstellen müssen. Das könnte sein. Ja, ja, kein Problem bei diesem Freistoß. Sie machen ihn zu. Der Trainer feiert heute ein... Jetzt aber erstmal Vorsicht. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ecke in die Mitte. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Ja, das ist technisch aus Conference, um einen Zusammenh achievements zu der Fall wieder. Aber das Lena einfach emerge.